Hallo meine lieben Freunde der Action, Horror und Splatter Spiel und herzlich willkommen zurück zu Tiny Tina's Assault on Dragon Keep und das Spiel heißt immer noch Borderlands 2. So, nachdem wir die Hauptmissionen endlich abgeschlossen haben, oder endlich, es hat viel Spaß gemacht und es hätte auch länger dauern dürfen, aber es hat lang genug gedauert. Mach ich ja als eigentlich Nebenmissionen, aber mir ist noch aufgefallen, dass ich mir gar nicht alles bei diesen Unsumming Dogs angeschaut habe, da wo man ja eigentlich anfängt und da dachte ich mir, sehen wir uns hier noch ein bisschen um und tatsächlich da gibt es noch was, was interessant sein könnte. Und anstatt lange herum herum zu reden, gehen wir gleich mal dahin. Nämlich da hinten ist noch so ein großer Steingolem und da muss doch noch irgendwas sein, da bin ich mir fast sicher. Der Steingolem sieht gefährlich aus. Naja, okay. Und nachdem jetzt auch die Gamescom vorbei ist, kann ich mich auch wieder meinem normalen Programm widmen. Ja, wenn man unterwegs ist, hat man nicht so viel Zeit Videos zu machen. Mhh, röser Golem. Aber ich denke jetzt, nachdem ich am Wochenende wieder zu Hause sein werde und der tot ist, werde ich dann auch wieder ein bisschen Videos produzieren am Wochenende und dann wieder Content liefern, regelmäßig oder so regelmäßig wie ich das halt gemacht habe. Hat der Steingolem jetzt wieder volle Energie? Oder täusche ich mich da? Hat ich den gar nicht verletzt? Egal, weg ist weg! Liste. Ja, war kein toller Loot, den er zurückgelassen hat. Auf jeden Fall, Gamescom ist vorbei. Ich möchte mich jetzt hier bei dem Spiel nicht drüber auslassen. Ich möchte mich nämlich mal wieder an einem Kommentar versuchen. Also das Gameplaymaterial werde ich heute Abend nach dem Video noch versuchen aufzunehmen. Ja, ich versuche sehr viel, ne? Meistens versuche ich nicht zu scheitern, aber... Ja, okay. Wie gesagt, Gamescom möchte ich noch ein kleines Fazit da lassen in einem Kommentar und das ist nicht gut. Und dann einfach mal noch ein bisschen sagen, was so war, wie ich es erlebt habe und Pipapo und blablabla. Aber das gehört, ne? Schließlich nicht alles hier... Nicht... Das gehört nicht hier hin. So. Was hier hin gehört ist allerdings, dass die Macher von diesem wunderschönen Spiel... Oh, Raketen. Was haben wir da? Was habe ich entdeckt? Ich konnte... Das ist mein englisches Kacke. Ich gebe es zu. Und zwar haben die Macher von diesem wunderschönen Spiel bekannt gegeben, dass es noch ein DLC geben wird. Ich glaube, dass es... Jetzt will mein Tablet mich schon wieder nerven. Egal. Und zwar soll es eine neue Level-Grenze geben. Nach oben. Und dann noch so ein paar kleine Zubehörteile, die allerdings nicht mehr in den DLC Pass... Oder wie sich das Ding nennt, in den Season Pass... Die... Ja, sie gehören einfach nicht mehr dazu. Aber ich bin gespannt. Ich habe den Text, wie gesagt, nur auf Englisch gelesen. Passt auf euch auf. Wenn wir das hier überstanden haben, gebe ich euch meine magische Schwertknarre. Was? Das ist eine Schusswaffe, die Schwerter verschießt? Allerdings. Diese Waffe schießt magische Schwerter und ist hammergeil. Die Bösewichte werden gar nicht wissen, was sie da erwischt hat. Aber sie werden sich wahrscheinlich denken, dass es Schwerter waren. Das ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Also anscheinend gibt es hier noch eine Quest. Und jetzt habe ich total einen Faden verloren. Naja, ein neues DLC und so weiter, bla bla. Sobald ich mehr weiß, werde ich natürlich auch mehr dazu sagen. Jetzt ist nur ein Text, den ich mir schlecht als recht übersetzen konnte für mich und so weiter. Jetzt gehen wir erstmal dahin. Hier gibt es anscheinend noch eine Quest, die ich nicht entdeckt habe. Die Flavor Cave. Flavor Flav. So, was hast du denn? Was bist denn du für einer? Jingis Khan. Willkommen, ich bin der große Fan Benda Khan. Zerstörer von Menschen, Verzücker von Geschmacksknospen. Aha. Und mehr hast du nicht zu sagen? Ich war der größte aller Köche auf Pandora, bis der Würstchenkaiser die Macht griff. Hier wäre jetzt glaube ich ein Facepalm angesagt, aber na gut. Folgt ihr der Lehre des großen Fan Benda? Hat all ihr Gaumen schon die völkermordenden Wohltaten meiner kulinarischen Kriegsführung genossen? Heute ist ein Tag da. Hätte ich gerne eine Facecam. Da würdet ihr sehen, wie ich den Kopf schüttle. Ei, ei, ei. Wenn ihr euch fürchtet, etwas zu essen, esst es nicht. Wenn ihr etwas esst, fürchtet euch nicht. Du bist ein komischer Chaos. Ich will nicht bei dir sein. Ich will weg von dir. Ein Fan Benda. Ich, äh, ne. Vielleicht kommen wir später nochmal zu dir. Es ist sehr interessant. Es wäre wahrscheinlich auch Questgebiet, wenn man die Quest denn angenommen hätte. Was ich wahrscheinlich... Ich weiß es nicht. Theoretisch hätte ich sicher die Quest angenommen. Hm. Na ja. Erstmal ein paar Skeletten. Oder ein Skelett. The Temple of Unwarranted Self. Blabla. Aha. Schöner Regenbogen. Ja, die Gegend sieht jetzt schon einige... Da ist er. Er scheint ein Nickerchen zu machen. Schleicht euch einfach ran und schnappt euch das Schwert. Ich wüsste gerne welche Aufgabe das ist. Das müssen wir jetzt doch mal kurz nachgucken. Aha. Ich habe noch so viele Aufgaben hier. Ne. Hunter's Grotto ist es sicher nicht. Das ist es... Kann es auch nicht sein. Vielleicht das? Ne. Sieht auch nicht richtig aus. Wie heißt die Map nochmal? Unesumming Dogs. Habe ich eine Aufgabe bei Unesumming Dogs? Ja, nicht entdeckt aber. Hm. Hm. Ah, so viele Aufgaben. Ah, da. Unesumming Dogs. Das wäre wahrscheinlich das Schwert im Steiner. Das Interessante ist, ich kenne jemanden, der heißt wirklich Steiner. Zum Familiennamen. Ja, das wäre die Aufgabe. Und hier sind wir richtig. Cool. Ganz cool. Excalibur! Oje. Oh, ihr habt ihn wütend gemacht. Bringt ihn einfach um und zieht das Schwert aus dem Rauschal. Ist der jetzt resistent? Also ich wollte gerade sagen, der ist immun gegen Elektroschaden. Ach, weißt du was? Ich habe einen Raketenwerfer. Ja gut, erstmal die noch. Der macht meinen Death Trap kaputt. Wie kannst du es wagen? Der schleudert mich auch jedes Mal weg. Aber gegen meinen Raketenwerfer hast du keine Chance. Siehste. Und Death Trap gibt ihn den Rest. Oder auch nicht. Egal. Bald bist du weg. Gleich, gleich. Dann nehme ich aber jetzt wieder eine Hand. Ich versuch's ja. Es rührt sich nicht. Zert noch ein bisschen dran. Ich würde ja gern. Ja, ja, ja. Geh. Scheiße. Das Schwert ist verflucht. Es erweckt ihn wieder zum Leben. Passt auf, seine Gesundheit lädt sich wieder auf. Ja, das sehe ich. Äh, ja. Hallo, böser Golem. Aha. Krass. Ui. Jetzt bin ich auch noch langsam. Hm. Treffen ist nicht so mein Ding. Aber das weiß man ja mit diesen Anarchiepacken, dass die den Schaden erhöhen. Aber leider, leider auch die Treffsicherheit sehr verringern. Äh. Du wirfst da mit komischem Zeug um dich. Ich hoffe es sind Steine. Ich hoffe es sind wirklich Steine, was du da wirfst. Raketenwerfer sparen wir jetzt noch ein bisschen auf. Ich will nicht nachladen. Ich will nicht nachladen. So. Raus damit. Ja. Da holen wir aber nochmal Death Trap. Der hilft da mit. Mit dem Raketenwerfer wird das jetzt schnell gehen. Eieiei. Okay. Böser Golem. Ich habe mich jetzt weit geschleudert. Und ich will laufen. Ganz schnell, ganz schnell. Oh. Geld, 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 Geld. Meins, meins, meins. Ja. Für einen Steinhaufen bist du schnell. Was zur Hölle machst du da? Ja. So. Rennen. Und sterben. Na komm, Diti. Mach ihn fertig. Ist doch kein Gegner für dich. Ja. Noch ein bisschen Elektro. Kann ich hier auch mal wieder nachladen. Na komm, schmeiß raus die Munition. Das Schwert jetzt raus. Ja. Jetzt ist er tot. Gut. Gut gemacht. Jetzt bringt mir das Schwert, ja. Hmmmmmm. Das ist jetzt die Frage. Bringen wir ihm das Schwert oder machen wir noch die andere Quest, die hier ist? Von der Zeit her müsste ich jetzt eigentlich noch die andere Quest machen. Ähm. Ja. Wählen wir erst mal noch die andere Quest an. T-t-t-t-t. Wo ist sie denn? Oh, jetzt geht das Gesuche wieder los. Post-Chrompokalyptisch! Oh, sammle Crumpets für die Stadt! Mal gucken! Wo muss ich denn da hinführen? Ah, ganz in die andere Richtung! Da muss ich Gas geben! Böses Skelett! Ich drück meinen Hammer! Das könnte man jetzt auch falsch verstehen! Entschuldigt mir leid! Das war nicht so gedacht! Wow! Ein explodierendes Skelett! Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier völlig falsch! Und das kostet hier nur sinnlos Zeit! Wow! Alter Verwalter! Das war schmerzhaft! Ne? Na bitte, wusste ich doch, dass du auch stirbst! Ach nee, noch so eins! Diti! Hey, jetzt hatte ich gerade Schwein! Ja, Treffsicherheit wird überschätzt und... Habe ich jetzt seine Knochen eingesammelt und Geld dafür gekriegt? Das sieht fast so aus! Ja, die Team machen erstmal die anderen fertig und ich gucke, was in den Kisten so rumliegt! Das sieht doch nach einer schönen Kiste aus! Ja, und ich habe mal wieder ein bisschen Eridium gesammelt! Darum werfe ich jetzt zwei Würfel! Da kommt hoffentlich was Gutes raus! Komm! Bitte, bitte, bitte! 15! Boah! Wie sieht meine andere Pistole aus? Oh, es ist Mist! Es ist Mist! Es ist alles Mist! Nur Mist-Loot hier! Ich glaube, für gute Waffen muss ich wieder nach Sanctuary und goldene Schlüssel einsetzen! Ja, zum Glück ist Gearbox sehr tüchtig damit, goldene Schlüssel zu posten! Oder Shift-Codes für goldene Schlüssel! Was haben wir denn hier schönes? Ach Mist, Mist! Alles Mist zum Verkaufen! Ich weiß gerade selber nicht, wie viel Geld ich habe! Werde ich sterben, wenn ich hier reinspringe? Hm, nö! Das ist gut! Hm, nö! Ein Kammer-Symbol! Ja, wie ich schon öfter erwähnt habe, ich suche die zwar nicht, aber wenn ich sie schon sehe! Eins von drei! Boah! Die anderen paar werde ich wahrscheinlich nie finden, aber... Haben ist haben und suchen... Ach nee! Ihr blöden Skelette! Jetzt ist die, die gerade weg! Ich muss mich hier wirklich an euch vorbeikämpfen! Der Skelett-Krieger war nicht noch da? Der Skelett-Boss irgendwo? Also wo ich dachte, dass der vielleicht ein bisschen mehr Widerstand leisten würde! Was haben wir hier? Ja, alles nur Mist! Alles nur Mist! Mist, es ist! Mist, es bleibt! Habe ich jetzt ein Granaten-Mod ausgerüstet, ohne dass ich das wollte? Ich habe nachgeladen, ohne dass ich das wollte! Tschuldigung! Ja, aber mit der zweiten Chance, das ist schon mal sehr praktisch! Ich glaube wirklich... Jetzt muss ich mal nach... Das muss ich jetzt... Das muss ich jetzt überprüfen! Jaaa... Ich glaube, ich habe jetzt einen Granaten-Mod ausgerüstet, den ich nicht ausrüsten wollte! Naja, erstmal... Wenn ich schon mal da bin, kann ich erstmal alles wegkicken, was ich nicht will! So ganz nebenbei! Jaaa... Ich glaube, den hatte ich drin! Mal gucken... Jaaa... Falsche Granaten-Mod, das geht doch gar nicht! Wenn ich schon was Gutes habe, dann würde ich das auch benutzen! So, noch ein Kackehäufchen zerhauen! Yay! Geld in Kackehäufchen! Super! Äh... Nein, das Thema vertiefe ich jetzt nicht! Okay, ist es denn noch weit bis zu meinem ersten Crumpet-Ziel? Ja, wenn ich die Aufgabe vorher schon angewählt hätte, hätte man das unterwegs machen können, oder? Zumindest da ahnen, dass es noch so einen riesen Umweg gibt! Ist eigentlich auch blöd, dass ich zwei von den Nebenaufgaben in einer Folge mache, aber... Ganz ehrlich, eine 10-Minuten-Folge? Neee... Der ursprüngliche Plan war ja, in jedem... In jeder Folge jetzt eine Nebenquest zu machen, aber... Eine gewisse Folgenlänge möchte ich dann schon erreichen! Ah, da haben wir Besuch, DT! Mach mal den Besuch fertig! Kümmer dich um... Ja, aua... Wollte ich grad sagen, DT, kümmer dich um unsere Gäste! No, da wusste ich doch... Liegt Eridium rum? Ist schon fast ein Zungenbrecher... Wie komme ich jetzt da hoch? Ha! Das Spiel... Hat's in sich! Wie komme ich da hoch? Wie? Ich komme da... Ähm... Jetzt ziehe ich grad... Es packt rum! Nein! Es will einfach nicht weggehen! Okay, hier... Über das Dach... Das funktioniert nicht... Hm... Vielleicht über die Kiste? Ach... Tina! Hast du jetzt hier so unglaublich schwere Quests gemacht, oder wie? Ne... Also... Tiny Tina ist Dungeon Masterin... Das muss man ja nicht wirklich haben! Wie komme ich jetzt an meine Crumpets? Ganz offensichtlich... Ganz offensichtlich... Ganz offensichtlich... Ich kann das Wort nicht aussprechen... Ganz offensichtlich so nicht! So... Hm... Ich muss da hoch! Wie komme ich da hoch? Ah... Dann versuchen wir es erst mal beim anderen Crumpet... Ja... Und dem da hinten irgendwo... Hm... Nein... Das ist der falsche Weg... Okay... Das wird mich hier noch eine Weile beschäftigen, wie ich da hochkomme... Boah... Ich habe aber nicht mehr so viel Zeit... Überlänge will ich die Folgen ja auch nicht machen, weil... Wer will schon überlange folgen? Also ich... Oh... Das ist wirklich ein Großkotz! Gehst du weg! Gehst du weg! DT! Ne... Erstmal... Granate, wo irgendwo hinfliegt... Ja... Sie kommt zurück! Immerhin die Granate trifft! Ui... Ei... DT... Du machst das schon! Ja... Mit DT geht das doch alles einfacher... Na... Komm... Na... Komm... Ah... Mist Ding... Ja... Die Stats habe ich mehr oder weniger im Kopf... Ganz sicher kann ich es natürlich nie sagen, aber... Ich weiß halt, dass das meiste Zeug scheiße ist... So... Hier... Crumpets! Kein Kommentar von Tina? Echt nicht? Also da hätte ich jetzt mehr erwartet... Tina! Ich sammle für dich Crumpets! Warum sagst du nichts zu? Hm... 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 Ich muss aber immer noch rausfinden, wie ich da hochkomme... Muss ich da jetzt einen riesen Umweg machen? Oder wie sieht das da aus? Hm... Es wäre... Dem Spiel natürlich zuzutrauen, dass ich irgendwie da auf den Hügel muss... Und dann meh und meh und meh... Ja... Ich habe da eine Vermutung... Ich versuche es einfach mal hier oben... Oh oh... Ich habe gerade gemerkt... Die Tee ist gleich wieder weg... Es ist nie gut, wenn ich mich hierher durch... Gegnermassen kämpfen will... Und da muss ich das Schwert jetzt schnell rausziehen... Komm... Ja... Sonst kommt der Sack nämlich wieder... Ich habe heute irgendwie so eine weiche Aussprache... Wieder... Und bläh... Ach... Scheiß Bogenschütze... Ich sehe schon... Nö... Du interessierst mich jetzt nicht... Ich will Crumpets sammeln... Nur die Crumpets interessieren mich... Ihr seid mir nur im Weg... Da hau ich sogar gern mit dem Hammer zu... Nö, nö... Du interessierst mich jetzt nicht... Ich habe andere Probleme... Hm... Das war... Genau hier... Nein... Nein... Oh... Dann springe ich noch daneben... Also man muss den Dachfirst treffen... Gut... Merke ich mir für den nächsten Versuch... Ja... Ihr dürft mit DT spielen... Ich... Wie gesagt... Ich will Crumpets... Lecker Crumpets... Hm... Ich weiß gar nicht mehr was Crumpets sind... Ja... Kekse... Okay... Aber... Was waren das nochmal für Kekse... Ich glaube man hat's... Im normalen Story Modus mal gehört... Ja... Wahrscheinlich... Also man hat sie ja für Tiny Tinas Tee Party gesammelt... Also würde ich mal einfach annehmen... Normales Tee Gebäck... Ja... Sie stimmt mir zu... Das ist schön... Zwei von dreien... Aber ich sehe schon... Nach der Folge werde ich wohl nicht aufhören können zu spielen... Und gleich noch eine Folge aufnehmen... Aber ich... Oh... Ui... Ich sehe da was... Seht ihr das auch? Ja... Steingolem... Ein Goolem... Der aber nicht sehr standhaft ist... Nö... Der war nicht sehr widerstandsfähig... Ich frage mich aber gerade... Was geht hier noch so la... Oh Gott... Was geht denn da ab? Was ist denn hier kaputt? Ganz viele rote Punkte auf der verkackten Karte! Und das ist ein Nachmittag... Nachmittägliches... Schön dich zu sehen... Ach diti... Schön dich zu sehen! Oh, du räumst auf! Das muss man dir lassen! Ich bin aber auch nicht untätig! Ja so ähnlich hab ich das jetzt auch umschrieben Du bleibst du stehen... Also noch jetzt ein Schlüssel rauslassen... Ich hasse dieses Nachladen, auch wenn es mir jetzt nicht alle Anarchie wegnimmt... Ich mach's nicht so gern, wenn ich keine Energie brauche. Und ich bin am Überziehen. Leck mich. Oder ich bin gleich am Überziehen. Da nimmt man sich immer so als Ziel 20 Minuten folgen und dann macht man's doch immer länger. Oh, Steingolem. Geh weg. So, Steinhaufen. Und der letzte Crumpet ist da vorne irgendwo. Oh, wo kommst du jetzt her? Ah, die Bretter kommt da raus. Hinterhältig, hinterhältig. Was haben wir da? Was ist denn das? Ein Shield. Ach, das hat nur so aus... Nerv mich nicht hier. Ich wollte mir das Shield angucken. Ich wollte gerade sagen, es hat so ausgesehen, als wäre es eine Kombination zwischen Shield und einem Schwert aus diesem DLC. Aber ich konnte es mir ja nicht richtig angucken, weil ich von so einem Skeletttypen genervt wurde. der gleich in sich zusammenfällt. Crumpets, ich komme. Und bitte, die letzten Crumpets. Tina, du bist 13 Jahre alt. Vielleicht solltest du mal was anderes essen als Crumpets. Ich hab was zum Mittagessen dabei. Du könntest... Oh Gott, was ist das? Das ist Salat. Wieso ist das Grün? Das sieht aus wie der Zwiebel. Jetzt beruhig dich. Es starrt mich an. Ich liebe dir, das DLC. Herrlicher Humor. Oh mein Gott, was ist das? Es starrt mich an. Es ist Salat. Aber die Waffen sind immer noch kacke. Ja, wunderschöne Farben und wunderschön sinnlos. Ja, okay. Da ich jetzt schon am Überziehen bin, fangen wir doch langsam an, mich... Fangen wir an, mich zu verabschieden? Ne, das klingt falsch. Mein Inventar ist voll. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich die Quests abgebe. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Also ich werde auf jeden Fall schon in diesem nächsten Dorf sein. Und, ja, ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Bevor ich jetzt lange anfange, rumzustottern, beende ich die Folge einfach. Und in dem Sinne sage ich wie immer, Tschüssi Kowski!